Der existierende Mensch Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innsbruck auf 105,9. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at Durch die Sendung führt Sie Markus Felder, Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytiker. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen 43. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch. Wieder, wie ich es immer sage, ganz, ich glaube mal ganz, ganz eine spannende Sendung, was das werden wird. Mein heutiger Studiogast hier bei mir im Studio, Sabrina Schrettl, Liebhaberin von Christbaumschmuck. Alten, neuen und, ja, ich würde mal sagen, vielleicht sogar Liebhaberin von Weihnachten. Ja, eigentlich schon. Ja, Sabrina, bevor wir zum existenziellen Stegbrief kommen, was war denn das am Anfang für ein Lied, was wir eingespielt haben? Das war Little Dramaboy von, das ist jetzt nicht falsch aussprich, Pentatonix. Das ist ohne Instrumente, einfach so mit der Stimme. Meine Damen und Herren, wir haben diese Sendung voraufgenommen. Das heißt, Sie können heute nicht hier im Studio anrufen, voraufgezeichnete Sendung, aber trotzdem mit Live-Charakter. Also das ist mir ganz wichtig, dass das nicht jetzt vor, ja, so, ja, vorproduzierte Einheiten sein, wo man einfach merkt, perfekt. Sie werden hören, wir machen Fehler, wir haben Versprechungen drinnen. Also das, das darf sein. Ja, ein bisschen, dass wir uns auf Weihnachten einstimmen können, haben wir ein Mandelgepäck da, gell, mit, was duftet es denn da? Nach Zimt, also für mich da ein spezieller Weihnachtsgeruch. Ja, ja, das stimmt schon richtig, auf Weihnachten ein, jetzt muss ich nochmal, mal eins kosten. Ja, ja, schmeckt nach Weihnachten. Herr Sabrina, damit sich die Hörer, Hörerinnen ein bisschen ein Bild von dir machen können, würde ich sagen, machen wir wie gewohnt den existenziellen Stickbrief. Sabrina, geboren? In Innsbruck. Mhm. Was fällt dir denn ein, zu aufgewachsen? Dass ich in einer relativ größeren Familie, also mit drei Geschwistern, aufgewachsen bin und eigentlich immer die Familie füreinander da war. Mhm. Also ein ganz wichtiger Wert für dich. Ja, finde ich auch, bei Weihnachten auch sehr wichtig, Familie. Mhm. Ja, da kommen wir vielleicht dann eh noch hin, ich denke mal, zum einen ganz, ganz wichtig und zum anderen natürlich, wenn sie dann fehlt, teilweise eine ganz schwierige Zeit dann. Mhm. Ja. Sabrina, und dann, so, oder besser gesagt, nochmal sogar davor, was verbindest du denn so mit deiner Kindheit? Du hast jetzt gesagt, so, dieser Wert, du bist in einer, unter Anführungszeichen, intakten Familie aufgewachsen. Was verbindest du mit deiner Kindheit? Was hast du mit deiner Kindheit passiert, so zwischen der Zeit Kindheit und jetzt, wo du da sitzt? Schul gehen, wobei ich eigentlich das mehr oder weniger ziemlich im Hintergrund habe und jetzt eigentlich eher auf Arbeiten und, ja, Erwachsen sein, wo halt noch an vielen Entscheidungen halt gehören dazu. Also, aber das war halt in der Jugend fein, da hat doch die Familie manchmal noch mehr mitgeredet und du hast nicht alles selber entscheiden müssen. Also, das vermisse ich ein bisschen. Da ist jetzt mehr, mehr so der Entscheidungsdruck ein bisschen da, oder? Ja, schon. Also, das ist der Nachteil am Erwachsen sein. Mhm. Obwohl man eigentlich als Kind wieder sagt, man will es gern, aber mittlerweile sage ich, es war schon ab und ab fein, wenn jemand gesagt hat, entscheide ich doch für na oder für ja. Sabrina, von Beruf her bist du? Eigentlich auch gelernte bautechnische Zeichnerin. Ja. Aber nachdem ich mich noch nicht entschieden habe, 40 Stunden im Büro marginiert sitzen, habe ich eigentlich meinen Kindheitstraum erfüllt, weil meine Mama Altwarenhändlerin war, also so mit Antiquitäten und ein bisschen was Neuerin. Und habe eigentlich aus Kanzgeber gesagt, ich mache das Gleiche. Und wo ich eigentlich größer war, wollte ich eigentlich lieber Architektin oder so machen. Aber schlussendlich bin ich jetzt eigentlich auf den Weg da zurück, weil ich sage, da kann ich unter Leuten sein und muss nicht immer 40 Stunden sitzen. Also, ich habe praktisch einen Ausgleich. Das heißt, jetzt also praktisch beide Bereiche. Genau. Mhm. Wobei ich noch immer nicht sagen kann, was jetzt eigentlich der Vollzeitberuf ist, weil das andere ist halt fein, weil da hat man keinen Druck und kann nachher praktisch das andere eher mehr das Hobby nachher machen, auch wenn es einmal schlechte Zeit gibt. Weil selbstständig ist halt nicht immer leicht und so hat man keinen Druck und kann es eigentlich mit Freude genießen und machen. Bevor wir da näher drauf eingehen, was machst du denn gern? Ist das das Arbeiten, ist das so das Switchen zwischen den zwei Berufen oder was machst du gern? Eigentlich lieber das Selbstständig sein, dadurch, dass man da doch freie Hand hat drüber. Also, man kann ein Geschäft einmal dekorieren, wie man Lust hat oder entscheiden, man macht jetzt das oder kauft die Waren ein und unterhaltet sich einmal mit Personen, kann die beraten. Und von dann her ist es mir schon lieber, als wir im Büro sitzen, weil das eher dann auf Dauer eintönig ist. Von anderen lernt man irgendwie immer was Neues dazu. Mhm. Und neben Arbeiten, gibt es da auch sowas, wo du sagst, das taugt mir so unter Anführungszeichen, neben Arbeiten? Ja, also eigentlich gern auch wieder ein bisschen was Bautechnisches, in dem Sinne, dass ich gerne mal selber renoviert zu Hause. Das ist ein kleines Hobby von mir. Oder auch, wenn ich Zeit habe, gerne im Garten was mache und vor allem eigentlich jetzt mit meiner Kleine nicht gern spiele und das genieße, dass ich jetzt eigentlich Dante geworden bin. Mhm. Also eigentlich für die Familie da sein. Also das sind eigentlich meine drei sozusagen Hobbys. Bevor wir näher auf das Thema eingehen, Sabrina, was passt denn an der Stelle gut für Musik? Hm, ich weiß zwar nicht, ob es dann unbedingt schon schneit, aber ich hoffe es mal und sage Let It Snow. Das ist von Michael Bublé, wenn ich es jetzt richtig angesprochen habe. Also viel Spaß mal. Und wenn es nicht schneit, dann zumindest mal hört es in Radio. Ja, meine Damen und Herren, Let It Snow, wir wissen zwar nicht, ob es jetzt wirklich schneit, dadurch, dass diese Sendung ja eine voraufgezeichnete Sendung ist, aber vielleicht passt es ja oder vielleicht ist es in Einstimmung auf das, dass es ja sicher irgendwann einmal schneiden wird. Ja, die heutige Sendung mit meinem Studiogast Sabrina Schrettl, eine Weihnachtsschmuck oder Christbaumschmuck oder überhaupt Weihnachtsstimmungsliebhaberin, kann man vielleicht so sagen, mit dem Titel eigentlich Weihnachten, Weihnachtsstimmung. Also alles rund um diese Zeit eigentlich. Sabrina, wieso hast du gesagt, über was können wir denn reden, dass du gesagt hast, das passt ganz gut. Wieso passt denn das gut für dich? Ja, weil ich durch selbstständig sein eigentlich am Christkindlmarkt tätig bin und da relativ viel Erfahrung habe, was eigentlich die Kunden zu Weihnachten jetzt momentan aufhängen oder immer aufhängen, auf verschiedene Materialien, auch alten Schmuck, teilweise gemischt, teilweise traditionell. Das heißt also zum einen so diese Rückmeldung von Kunden und zum anderen, glaube ich, ist schon auch bei dir ein bisschen was Persönliches, oder? Oder geht auch falsch, dass Weihnachten, Weihnachtsschmuck für dich ganz, ganz was Wichtiges ist? Ja, eigentlich hat das schon mit so sieben angefangen, wo ich eigentlich dann selber gesagt habe, ich will meinen ersten Christbaum und das eigentlich so, wie es die Mutti hat und zwar mit alten Christbaumschmuck. Und da habe ich nachher zur Erstkommunion mal alten Christbaumschmuck gewünscht und der hängt jetzt immer noch am Baum und hat sich natürlich in den Jahren vermehrt, sodass ich eigentlich jetzt mittlerweile, glaube ich, schon zwei Christbaumschmuck machen könnte, aber ich liebe ihn, vor allem in alten. Du, und was lebt man da dran? Ja, irgendwie, es hat einfach alles Erinnerung, also du erinnerst dich, wie du klein warst, wie du mit der Oma noch gefeiert hast. Und es gehört einfach irgendwie das Grün einfach dazu, was draußen irgendwie weiß, teilweise, wenn es jetzt nicht schneit, schaut es eher trist aus. Und dann hast du einfach das Grüne, Nette, Dekorierter und das hat nachher halt die passende Stimmung irgendwie zu Weihnachten dazu, gleich wie die Plätzchen halt, das gehört irgendwie dazu. Und dann halt, wie die Familie halt zusammensitzt, das ist halt irgendwie dann Weihnachten. Also nicht für mich die Geschenke, sondern einfach das Drumherum. Das heißt, könnte man so sagen, Weihnachten die liebste Zeit in deinem Jahr? Ja, neben dem Sommer eigentlich. Neben dem Sommer. Also ich mag das schon genauso gern, dass es einmal warm ist und man eben das Grüne genießen kann, aber Weihnachten dadurch, dass du da wirklich einmal auf dich ja fast besinnst und eigentlich drüber nachdenkst, wie das Jahr verlaufen, weil es eigentlich Jahresende ist und alle wieder zusammensitzen, ist eigentlich schon die schönste Zeit, weil dann warst du eigentlich, die Familie steht noch zusammen hinter dir und du kannst es einmal richtig genießen, weil du einmal ein paar Stunden hast, weil unter dem Jahr ist halt doch manchmal stressig, auch natürlich in der Weihnachtszeit, aber die paar Stunden ist so wie, die Zeit bleibt halt irgendwie da stehen, sozusagen. Das ist wie so, wenn man auf Stopp drucken könnte, oder? Ja, für ein paar. Plus noch einfach so die Harmonie ist einfach ganz anders als unter dem Jahr. Also eine Geburtstagsfeier finde ich ganz anders als Weihnachtenfeiern, das ist einfach irgendwie wirklich für mich wie Familie halt dann. Irgendwie ein bisschen schwer zum Beschreiben, aber naja. Aber ich glaube schon, dass der oder die eine oder andere Hörer, Hörerin einfach das schon mitfühlen kann. Ich glaube, Weihnachten ist einfach irgendwo ganz eine spezielle Zeit. Ich sage einmal so im Positiven, wie wir zuerst schon angedeutet haben, und leider auch immer wieder mal im Negativen, oder? Dass einfach so diese Absenz, das Fehlen von dem, das Fehlen von, wie wir zuerst schon gesagt haben, entweder Familie, was dann nicht da ist, oder Partnerschaft, was dann nicht da ist, oder Freundesystem, was fehlt, gerade in der Zeit dann auch nochmal mehr auffällt, oder? Weil all so eine Familie auf Feiern hinausgerichtet ist. Das zum einen erlebe ich so als Psychotherapeut, und zum anderen erlebe ich immer wieder mal so das auch, dass viele Familien das so nicht schaffen, oder? Viele, wie du jetzt sagst, so ganz eine große Vorstellung haben von dieser Zeit, wie das sein sollte, wie das sein wird, wie die Familie jetzt da zusammensitzen wird, und jeder aber so mit, sage ich mal, seinem Alltag extrem konfrontiert ist, gestresst ist, vielleicht Sachen dann noch unter den Hut bringen muss, und dann auf einmal kommt diese Zeit zum Feiern und es kommt keine Stimmung auf, ja? Und dann so die Schwierigkeit, wie geht man dann mit dem um, oder? Weil diese Wünsche, was so da sind, mit der Realität dann nicht zusammenstimmen, ja? Ja, vor allem ist es halt wichtig, dass es kein Muss ist, zu feiern. Das finde ich, also wenn man mal ein Jahr keine Lust hat, dann sollte man es auch auslassen können, vielleicht ganz was anderes, dass er nicht laut macht, einfach Urlaub fahren, oder so. Das ist feiner bei uns, bei uns ist das irgendwie, obwohl jetzt eigentlich meine Schwester groß ist und mein Bruder, meine Schwester kommt immer zu Weihnachten, Schwager ja auch, Mitternichte, und das ist nicht selbstverständlich, weil andere feiern vielleicht auch getrennt Weihnachten, und bei uns ist das halt so, weil wir es mögen, also sobald jetzt eine Familie, ich kenne von meinem besten Freund das, ist der Muss zu Weihnachten, ist natürlich auch nicht schön, wenn es ein Muss wird, aber vielleicht verstehen es die Leute ja irgendwann, dass das eigentlich nur nett sein kann, wenn man es freiwillig macht, und die anderen Raten halt wirklich, wenn sie jetzt niemanden haben, vielleicht echt auf Urlaub fahren, komplett einmal woanders dahin, wo halt vielleicht nicht mit dem Ganzen konfrontiert wirst, oder einfach die beste Freundin oder irgendwas schnappen, der was es gleich geht, und mit der zusammen irgendwie feiern, muss jetzt nicht mit Baum sein, aber so irgendwas machen, nicht das an den Tag zur Ablenkung. Was würde denn an der Stelle für Musik passen? Ich würde sagen, wir nehmen Rocking Around the Christmas Tree von der Brenda Lee. Ja, meine Damen und Herren, fleißige Hörer, Hörerinnen, wissen es vielleicht, sie können diese Sendungen auch nachhören, dann gehen Sie bitte einfach auf die Seite www.sinn-los.at 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 Da finden Sie nähere Informationen zur generellen Sendung, Hintergründe, Sie finden auch einfach Literatur, Sie finden auch Links zu den einzelnen Studiogästen, auch zum heutigen Studiogast, und Sie können vor allen Dingen auch über den Punkt Archiv zu vergangenen Sendungen kommen, wo Sie einfach gewisse Sendungen auch nochmal nachhören können. Ja, also gehen Sie hin, dann haben Sie sicher einige Informationen. Gerade noch eine Information, weil ich das letzte Mal, glaube ich, bei der Sendung ein bisschen falsch gesagt habe, beziehungsweise nicht einmal falsch gesagt habe, sondern es hat sich was geändert. Bis jetzt war es immer so, dass nur die Live-Sendungen mit Musik waren, und eben die aufzeichneten Sendungen, da hat die Musik gefehlt, weil ich einfach nicht die Ausstrahlungsrechte gehabt habe, beziehungsweise die einzelnen Portale haben diese Rechte nicht gehabt. Das hat sich verändert. Bei der CPA-Datenbank, bei der Datenbank der Freien Radios Österreich, können Sie einfach auf Wiedergabe klicken, und dann hören Sie auch die Sendungen mit Musik. Ich glaube, das ist schon ganz, ganz fein, weil ansonsten hat dann einfach immer wieder ein bisschen was gefehlt, wenn man einfach diese Musik nicht gehört hat, weil die gehört schon auch zur Sendung, weil es einfach die Studiogäste einfach auch widerspiegelt, glaube ich. Die Musik, die was gefehlt worden ist, ja, einfach, das hat schon einen Sinn, wieso diese Musik dann einfach ausgestrahlt wird. Ja, heute zu dem Thema Weihnachtsstimmung. Mein heutiger Studiogast, Sabrina Schrettl, eine Weihnachts-, eine Christbaum-Schmuck-Liebhaberin, ich würde einmal sagen, Expertin, sie hat zwar gesagt, nein, darf ich so nicht sagen, aber ich würde schon sagen, Expertin in diesem Bereich. Ja, Sabrina, wir haben vor dem letzten Lied so ein bisschen was Kritisches gesagt, da einfach auch, was Weihnachten schon auch für Leute bedeuten kann, aber kommen wir nochmal zurück so vielleicht auf das, unter Anführungszeichen, geworden sein von Weihnachten und von Christbaum-Schmuck. Wie kommt es denn überhaupt dazu, dass wir sowas wie ein Christbaum, wie Weihnachtsschmuck generell haben? Ja, es gibt mehrere Variationen, wie es eigentlich dazugekommen ist, also Geschichten. Eine davon wäre, weil es ja draußen eben so tristisch ist, dass man sich ein bisschen grün ins Wohnzimmer geholt hat. Anfangs habe ich mal nachgelassen, hat man sogar die Bäume aufgehängt, also nicht in einen Ständer reingeben. Und hat sie eigentlich ganz ursprünglich mit Lebensmitteln, also so Äpfeln, Nussen behängt und selber gepasht halten vor allem. Und im Laufe der Zeit ist es nachher eigentlich dazu gekommen, dass man die Glasbläser, die Tee gehabt haben, auch weil Essen teilweise ein Mangel anscheinend war. Das hat man, habe ich einmal aus einem Artikel gelesen, dass man Christbaum-Schmuck in Form von Obst nachblasen kann. Also da hat man nachher kleine Äpfel, Mandarinen, Nussen in Glas nachgeblasen und später dann auch figürlich Daddy-Beeren und so, was halt die Kinder zum Spielen gehabt haben. Und bei uns ist halt eher, zwar in Tirol-Tradition, eher halt in ländlichen Gebieten noch immer mit Strohsterne und Holzfigürchen, aber im städtischen Bereich hat man halt immer eher oder eben reichere gewohnt haben. Leider haben sich das nicht alle leisten können in Gläsern halt gehabt. Und mittlerweile ist es halt total bunt gemischt. Also manche haben nur immer den Strohsternl-Schmuck drauf, die anderen den Glasschmuck. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die fahren auf Urlaub und nehmen sich von den Urlaubsländern Christbaum-Schmuck mit, also auch von Afrika und haben halt so ein bunt gemischt. Also jeder Wissen gefällt, manche auch nur Kugeln, einfördig, also komplett unterschiedlich. Sabrina, gibt es so etwas wie unter Anführungszeichen ein lustiges oder interessantes Erlebnis, was du vielleicht auch gehabt hast, so in Bezug auf Weihnachtsschmuck? Ja, also besonders bei den Figuren, weil da haben wir eine Katze nochmal gehabt und die hat ausgeschaut für manche wie ein Otter. Und dann hat es Diskussionen gegeben, ist das doch eine Katze oder ein Otter? Oder, was ich auch lustig gefunden habe, weil natürlich die Sachen, was die Kinder gespielt haben oder so, auch raufgehängt worden sind. Ein Hase, wieso ein Hase? Ist das ein Osterhase? Und dann hat er gesagt, nein, da ist ja kein Ei dran. Ah ja. Und dann hat er gesagt, ja, das ist halt ein Feldhase. Und dann habe ich ihm das halt erklärt mit dem Spielzeug. Und dann ist es eh verstanden worden. Oder eben überhaupt, wieso solche Figürchen auf den Baum rauf können, das ist ja kitschig. Weil bei uns in zwischen den 70er Jahren leider nicht so viel für Gürtacher Christbaumschmuck erhältlich war im Handel. Weil dadurch, dass der Meister aus der DDR gekommen ist, die was geschlossen war, die haben eher Amerika beliefert und sonst überall hin, aber haben halt zu uns nichts liefern können, hat es eben bei uns eher nur so einfache Kugeln gegeben. Immer so, da war halt typisch eher ein paar mit pinke Kugeln oder rote. Habe ich auch von meiner Mutti gehört, dass die so dekoriert hat. Wir wohnen sowieso, wie sie auf einer Figur gekommen ist. Aber ich glaube, das war durch, dass sie mal ein bisschen alten gekriegt hat und dadurch hat sie nachher angefangen, Figürchen umzustellen, weil es ja doch irgendwie besser gefallen hat, als wir einfarbig. Aber es ist ja immer eine Geschmackssache, sage ich zu den Leuten, was sie eigentlich draufhängen. Und ich finde es ja auch voll interessant. Was draufgekommen gehört. Ja, ganz interessant. Ich habe einen Kollegen aus Kolumbien und das weiß ich nicht ganz genau, aber er hat gesagt, doch, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass das bei ihm jetzt, ich weiß nicht, ob es generell in Kolumbien ist oder ob es rein in seiner Familie so war, aber da war es gang und gäbe, Weihnachtskarten aufzuhängen. Also die haben ihn gekriegt, die haben am Weihnachtsbaum praktisch lauter Weihnachtskarten, was sie gekriegt haben, von Freunden, von Verwandten oder so. Und jedes Jahr hängen da doch nochmal mehrere oben. Und das ist so sein Krischbaumschmuck. Ja, und ich kenne jemanden, der hat Katzen zu Hause. Und leider Gottes, naja, manche Katzen lieben den Krischbaum, was Katzfrau natürlich. und die haben ihn dann wirklich auf die Decke aufgehängt, weil sie natürlich alten Krischbaumschmuck drauf haben. Und ja, auch eine witzige Idee, eigentlich wie ganz ursprünglich, wie ihr mal schon von der Geschichte gehört habt, dass er eigentlich aufgehängt worden ist. Ja. wie ein Zeppelin. Okay. Und hängt der dann so normal da? Also spitze nach oben oder spitze nach oben? Ich würde sagen, vielleicht einmal eine nette Ballade. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Ballade ist, aber es ist von Nika und Joe It's Christmas. Ja, meine Damen und Herren, die heutige Sendung passend zur Zeit, Weihnachtsstimmung. Sabrina Schrettl, eine Weihnachtsliebhaberin bei mir hier im Studio. Sabrina, ganz spannend war davor das, die sind mir noch so gut in Erinnerung, wo du gesagt hast, man hat eigentlich, entweder, habe ich das richtig verstanden, Kinderspielzeuge oder dann Kinderspielzeuge nachgemacht am Krischbaumaufkrieg. Ja, man hat halt die Formen von den Kinderspielsachen nachgemacht, also so wie zum Beispiel Trommel, Dettibär, Greisel oder auch halt zum Lernen war das mehr oder weniger gesehen, dass man auch Tiere nachgemacht hat, so wie einen Hirsch oder auch die Vögelen, wo die Leute immer sich belächeln drüber, aber ich finde es noch immer nett. Man kann nie genug Vögel am Baumhaus, sage ich immer. So quasi, ich gebe meinen Vogel mal zu Weihnachten einen Krischbaum ab. Okay, okay. Ist da kein Scherz von mir. Ja, und eigentlich alle möglichen Formen, also Elefant und ja, Schaukelpferd oder eben auch die Früchte oder ganz einfache Sachen auch, so wie eine Reflexkugel, also das ist praktisch nach innen reingetatscht, würde ich jetzt mal so grob formulieren, die was innen ein bisschen ein Muster hat und wo nachher das Licht, also deswegen Reflex, reflektiert drinnen wird und Farbspiele sich halt ergibt. Oder was meine Lieblingskugeln eigentlich sind bei der Mutti, was ich leider Gott sei Dank nie wieder gesehen habe, dass es irgendwo gibt, das sind so auch nach innen wie die Reflexkugel getätscht, aber mit einer kleinen Figurle drin, also so ein Engerle mit einem Schlüssel in der Hand und einem Reh oder so oder Nikolaus drin, also da gibt es brutal viel, also ich glaube, es gibt bald nichts, was es nicht gibt, so quasi, was man raufhängen kann. Schön. Und man merkt bei dir, das finde ich so interessant, so die richtige Begeisterung, wenn du da drüber redest, oder? Ich glaube, du bist da wirklich mit Haut und Haar dabei. Ja, irgendwie schon. Ich glaube, da kann ich mich jetzt in mich reinsteigen. Ja, ja. Und genau das, meine Damen und Herren, ist ja auch so das, was mir immer wieder in der Sendung geht. Sie wissen, so übergeordnetes Thema Sinn, Sinn in Richtung Viktor Frankl, der Begründer der dritten großen Wiener Richtung der Psychotherapie, Logotherapie und Existenzanalyse und Sinn wäre in diesem Zusammenhang so die, zum einen, die jeweils beste Möglichkeit in der jeweiligen Situation. Sinn wäre immer was Personales, was Individuelles und Sinn hat, laut Frankl, auch immer mit was zu tun, so über sich hinaus wachsen. Er hat sogenannt so die menschliche Fähigkeit zur Selbsttranszendenz und ja, ich glaube, da fällt ganz stark auch Weihnachten hinein. Frankl hat zum Beispiel einmal geschrieben so, ich definiere sie, also die Selbsttranszendenz, als das über sich hinaus wachsen beziehungsweise über sich hinaus weisen auf etwas oder jemanden hin, auf einen zu erfüllenden Sinn oder einen begegnenden Mitmenschen hin. Oder das heißt, da sind wir größer, da wachsen wir auf irgendwas hin, da geht es nicht nur um uns, da geht es um ganz viel. Und ich glaube, da sind wir auch ganz stark bei dem Thema Weihnachten auch mit drinnen, oder? So dieses über sich hinaus wachsen. Oder? Wie siehst du das? Ja, also vielleicht einmal auch probieren wieder Weihnachten feiern, also so das Genießen. Ja, ich glaube, ganz, ganz ein wichtiger Moment genießen. Meine Damen und Herren, vor einigen Sendungen ist es ja mit dem Walter Krug zum, ja, um das Thema Leiden eigentlich gegangen und da war ganz, ganz spannend, da ist auch immer wieder ganz viel um das Thema Achtsamkeit gegangen. Achtsamkeit ein Begriff, der eigentlich aus dem östlichen Bereich kommt, aber wo es einfach um das auch geht, so ganz zentral, so ganz im Augenblick zu bleiben und wahrzunehmen, was ist. Und ich glaube, um das geht es ganz, ganz speziell auch immer wieder bei Weihnachten. Wenn wir es schaffen, ganz, ganz jetzt im Augenblick zu bleiben und zum Beispiel diese Mandelkekse, was wir da haben, oder, in ihren Duft, in dem, ja, wie sie sich anfühlen, wie sie sich anschmecken, da zu bleiben, ja, dann kann sich was immer auch kommt einstellen. Aber ich glaube, ein Problem haben wir immer dann, wenn wir unsere Vorstellungen da haben und nur so darf es sein, wie diese Vorstellungen ausschauen, und dann kommt man drauf, die Realität ist eine andere und dann haben wir meistens ein Problem, ja. Aber so wie du sagst, so dieses Genießen, das Dabeibleiben und das einfach entstehen lassen, was immer auch kommt, oder? Ich glaube, ja, für mich geht es, geht es speziell beim, beim Weihnachten darum, ja, dass wir das einfach ein bisschen versuchen und wie so ein bisschen in dem Bleiben, so einfach zu schauen, was macht denn dieses Weihnachten einzigartig, ohne das, dass das gleich sein muss wie das Letzte oder ohne das, dass es irgendwie sein muss. Wenn wir das schaffen, immer wieder, dann glaube ich, haben wir schon ganz, ganz viel geschafft. Sabrina, du hast zuerst so über diese, ja, über die Veränderung oder über das geredet, wie hat sich denn das überhaupt entwickelt, der Brauch, Christbäume, Christbäume aufzustellen oder wie du gesagt hast, teilweise aufzuhängen. Ist das österreichisch oder, ja, welche Bereiche, was kennst du denn da für Unterschiede? Wo ist denn das überall? Ja, also, dass man es jetzt noch macht, ist eigentlich in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland ursprünglich sagt man Kind, da brauche ich eigentlich eher aus dem bayerischen Bereich mit dem Christbaum, aber wenn man jetzt nach Italien runter geht, dann schaut es wieder ganz anders da aus. Also die fangen am 8. an den Christbaum aufzustellen. Da ist ja das Marienfest, das ist ein ganz hoher Feiertag. Das merken wir ja, wenn ganz viele Italiener auf einmal in Tirol sind und danach feiern ganz in Sizilien unten, die am 13. Santa Lucia und ein anderer Teil wieder feiert am 25. entweder das Christkindl oder im Papa Natale, also quasi in Weihnachtsmann beziehungsweise Nikolaus. Und ganz wieder eine andere Gruppe von Italien, die feiern noch in Jänner eine gewisse Frau, ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, wie sie heißt, da kriegen die so wie zu Weihnachten ein kleines Geschenk. Und dann gibt es natürlich meine Freundin, die ist orthodox. Die haben das ja wieder ganz anders da. Also die stellen zwar mittlerweile auch gern Christbäume auf, wegen den Kindern halt, was ja wirklich nett ist. Aber die dann von einem gewissen Baum zu Weihnachten, also das ist ja bei denen eigentlich auch im Jänner, ich weiß jetzt gar nicht mehr, am 7. oder... ich glaube am 7. haben sie das. Und die dann das praktisch vor der Kirche feiern und zünden nachher das Geäschte praktisch von dem Baum an. Das ist bei denen das Weihnachten feiern. Okay, aber das tun sie nicht im Wohnzimmer. Nein, nein, also das wird direkt vor der Kirche, auf dem Kirchenplatz, wird das anscheinend angezünden. Also ich habe es mir einmal beschreiben lassen, es wirkt total nett. Die gehen da extra eigentlich in den Wald. Hat man halt früher mittlerweile, kauft man es natürlich auch so schwer. Irgendwann alles abgeholzt, weil es nur eine gewisse Baumsorte ist. Aber da muss man jetzt nicht fragen, welche. Und eben die zünden es dann davor an. Und die haben halt eher nachher so auch Familienfeste, wo halt zusammen ist nachher, so größere. Aber auch finde ich voll nett. Ja, spannend, was da für Unterschiede gibt. Und ich habe es auch immer wieder gehört von Menschen, die was aus anderen Kulturkreisen kommen, die, ich habe ja ganz genauso dann an Kirchbäumen aufstellen, weil sie einfach sagen, es gehört irgendwie dazu. Ja, das verbreitet, so wie du ja öfter auch gesagt hast, so diese Stimmung, oder? Da kann man sich einstimmen, das braucht es einfach. Ja, das ist irgendwie, wenn nicht draußen zwar Schnee ist, aber irgendwie im Innenraum, wenn es dann dunkel ist, dann kann man sich auch trotzdem vorstellen, es ist Winterzeit und Weihnachten und kalt. Und vielleicht hat man ja Glück ein paar Flocken kommen und am 24. Ja, doch. Sabrina, weil du gesagt hast, es ist draußen dunkel, herinnen hell, würde mich natürlich interessieren, weißt du was, oder hast du eine Idee, woher kommen denn die Weihnachtskerzen? Ja, da gibt es einen schriftlichen Beweis, wo es anscheinend das erste Mal Kerzen gegeben hat, das ist um 1708, in einem Brief an die Herzogin von Orleans, die hat der Elisalotte von Pfalz, da ist irgendwas erwähnt worden über die Kerzen, aber wahrscheinlich hat es das sicher schon früher gegeben, also das ist ja alles immer irgendwie der erste Schriftbeweis, weil es doch eigentlich, man vermutet, es nicht eigentlich schon lange her ist, dass man irgendwie auf eine gewisse Art Weihnachten gefeiert hat und sich so dann entwickelt hat, aber man kann halt nur auf irgendwie Schriftbeweise zurückgehen und da gibt es halt einmal entweder irgendwelche Erzählungen oder eben halt das, aber ich vermute, das erste, so um 1500 hat man ja anscheinend angefangen, so mit ein bisschen Grün in die Wohnräume, also es kann durchaus sein, dass es es schon früher gegeben hat. Sabrina, was wird an dieser Stelle Gott für ein Lied passen? Ich würde sagen, wir nehmen Queen, thank you God, it's Christmas. Ja, meine Damen und Herren, dann sind wir jetzt wieder fast am Ende der heutigen Sendung angekommen, die Zeit vergeht wie im Flug auch in der Vorweihnachtszeit, vielleicht da sogar noch einmal schneller, ja, der eine, die andere berichtet ja immer wieder von Vorweihnachtsstress, ganz, ganz viel machen zu müssen in dieser Zeit. Kennst du das, Sabrina, Vorweihnachtsstress? Ja, schon, also mit Vorbereitungen bin ich ja immer beschäftigt, der Selbstständige, aber dadurch, dass ich es eigentlich gerne mag, so stark würde ich es nicht machen, geht es eigentlich. Ich sage zwar schon manchmal, wenn ich Stress habe, aber prinzipiell sage ich es allein und sehe es eigentlich nicht so. Ich glaube, manche Menschen sagen einfach immer manchmal auch Stress dazu, wenn man halt eigentlich sehr beschäftigt ist, aber ich glaube, man sollte es alles ein bisschen locker sehen und vielleicht nicht immer vielleicht die genervten Lieder, wenn man überall hingeht oder sich davon nerven lassen, sondern schauen, dass man es genießt oder probieren halt irgendwie. Ich glaube, da gibt es keine Medizin oder einen guten Tipp dafür, dass man es vielleicht nicht als lästige Zeit manchmal empfindet. Ja, ich glaube, das ist, so wie du sagst, natürlich hängt es ganz viel von uns ab, oder? Wie geht es uns? Wie ist so unser gesamter Gemütszustand oder? Seien wir dauernd getrieben oder sind wir vielleicht jetzt gerade ausgeglichen und ruhig? So werden wir natürlich dem anderen Stand nochmal begegnen können, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass es so ein Patentrezept dafür gibt, was kann man tun, damit Weihnachtsstress sich nicht einstellt. Ja, aber ich glaube, in dieser Sendung, vielleicht hat da die Sendung ein bisschen dazu beitragen, dass sich der eine oder die andere einfach mit dem Thema wieder ein bisschen auseinandersetzen kann, vielleicht auch in dieser Zeit, einfach, meine Damen und Herren, was bedeutet denn für Sie ganz speziell Weihnachten? Auch wie wir es gehört haben, ja, was verbinden Sie denn vielleicht mit den einzelnen Weihnachtsdekorationen? Vielleicht hängen da auch Kindheitserfahrungen nach. Vielleicht, ja, rufen auch die verschiedenen Gerüche, sei es Zimt, sei es Gewürz, Nelke, wie auch immer, auch so verschiedene Assoziationen hervor. An Momente, wie die Sabrina gesagt hat, so mit der Oma oder, ja, wo Sie ein kleines Kind waren, vielleicht auch mit ganz, ganz positiven, positiven, ja, Gedanken oder Gefühlen, was damit verbunden sind. Meine Damen und Herren, die nächste Sendung wird stattfinden am 7. Jänner, dann wird es um, ja, das Thema weiß ich noch nicht ganz genau, aber es wird Erik Hörtnagel zu Gast sein. Erik Hörtnagel arbeitet beim Projekt Perspektive für Kinder mit. Ja, meine Damen und Herren, und das freut mich sehr, dass bei der nächsten Sendung es wieder um die Initiative Perspektive für Kinder geht, weil wenn Sie zurückblättern, die Sendung Nummer 2, da war Elisabeth Fritz und Thomas Fuchs bei mir zu Gast in der Sendung, die ebenfalls eben bei der Perspektive für Kinder dabei sind, beziehungsweise diese Initiative gegründet haben. Ja, und interessant nach dieser Zeit wieder auf dieses Projekt zurückzuschauen und vielleicht zu sehen, was hat sich getan, hat sich was verändert. Also wird, glaube ich, wieder ganz eine interessante Sendung. Sabrina, möchtest du den Hörer, Hörerinnen zur heutigen Sendung noch was sagen? Gibt es irgendwas, was du da zum Schluss sagst? Das wäre mir noch wichtig. Ja, ich wünsche allen nachher eine doch vielleicht ruhige Weihnachtszeit und genieße es und ja, dann noch einen guten Rutsch natürlich, weil ich sehe und höre kann nachher mehr und ja, alles, alles Liebe. Meine Damen und Herren, auch von meiner Seite einen guten Rutsch, schöne Weihnachten und noch einen sinnvollen Abend auf Wiederhören.